Das sind Frau Schulz und Herr Schmidt, zwei Unternehmer aus Deutschland. Auch wenn beide unterschiedliche Interessen im internationalen Geschäft verfolgen, sie Export, er Import, haben sie doch zwei Dinge gemeinsam. Erstens, sie sind Kunden einer Volksbank Raiffeisenbank und zweitens, sie wollen ihre Auslandsgeschäfte sicher und schnell abwickeln. Wie gut, dass ihre Genossenschaftsbank da genau die passende Lösung für sie hat. VR International. Das ist die digitale Plattform der Volksbanken Raiffeisenbanken für internationale Geschäfte mittelständischer Unternehmen, im Internet und als App. Mit vielen Informationen, anschaulichen Bildern und kurzen Erklärfilmen sowie hilfreichen Verlinkungen zu diversen auslandsrelevanten Themen. Frau Schulz verkauft ihre Waren in die ganze Welt. In der App VR International wählt sie zum Beispiel ein Land aus und erhält eine erste Einschätzung zum Länderrisiko. Außerdem erfährt sie mehr über mögliche Zahlungsbedingungen und findet eine Übersicht zu Erfolgsfaktoren für ihre Geschäftsabschlüsse. Herr Schmidt kauft regelmäßig Waren für sein Unternehmen im Ausland ein. Er nutzt das Online-Angebot VR International über seinen Laptop. Mit nur wenigen Klicks erhält auch er erste Informationen für einen sicheren und schnellen Einkauf im Ausland, genau wie in der App. Neben Zahlungsbedingungen schaut er sich mögliche Lieferbedingungen für seine internationalen Geschäfte an. Konkrete Anfragen können er und Frau Schulz direkt an ihre Volksbank Reifeisenbank senden und erhalten zeitnah eine telefonische oder persönliche Beratung. Ob im Internet oder über die App, VR International liefert Ihnen rund um die Uhr und an jedem Ort der Welt Vorschläge für ein erfolgreiches Export- und Importgeschäft. Das heißt, auch auf Geschäftsreisen sind Frau Schulz und Herr Schmidt immer mit wichtigen Informationen bestens versorgt. VR International finden Sie auf der Webseite Ihrer Volksbank Reifeisenbank und kostenlos in den App-Stores. VR International